Ich begrüße Sie hier im Showroom vom Malerbetrieb Naumann in Homberg-Efze. Wir zeigen Ihnen hier Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Kunden in Sachen Decken-, Wand- und Bodengestaltung. Des Weiteren decken wir die Außenarbeiten an Fassade, historischen Gebäuden, auch Kirchen und Fachwerkhäusern ab. In Sachen Wärmedämmung können wir Ihnen eine kompetente Beratung für Energiesparmaßnahmen im Außen- und Innenbereich anbieten. Unser geschultes Personal an der Baustelle sowie auch im Büro bietet Ihnen eine sorgfältige Ausführung und kompetente Lösungen an. Ich bin Auszubildende im ersten Lehrjahr und arbeite gerne beim Maler-Naumann, weil das Betriebsklima gut ist und hoffe, dass ich später übernommen werde. Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht von nebenan.